Es kann in den Telefon gucken und es kann in den Telefon der Post gucken. Und da gibt es das Neusten, mehr zu gucken, weil es in eine Reihe neue Senderen dabei kommt. Ein Basisbuch ist in der La Troie, ein Paar TV und One Plus One International. Die echte genannten La Troie sind ein Schäden von unseren deutschen Opern, die in der Hauptsache kulturellen Reportagen, Dokumentären und Konzern diffusiert. Sie fanden als La Troie bei der französischen Nummer-Rotation auf der 14 und bei der Deutschen auf der 74. Eine Paar TV ist ein neuer lützenbäuerischer Sender, der sich auf Lokalinformationen spezialisiert wird, an dem Kanal 48 zu fanden. An One Plus One International riecht sich die ukrainische und russische Kommuneität an dem Kanal 510 zu fanden. Bei den bezeugten Buchungen, also am Sky Bundesliga HD, neuerdings der Sender Sport US HD um Kanal 354 zu fanden. Das Schäden weist, wie der Nummer schon verrät, an der Hauptsache die populärsten US-Sportarten aus der Ligen, NBA, NFL, NCAA und noch viel mehr. Beim französischen Bouquet-Découverte Aston Canal G, dem sein Zielgruppe Jugendlicher zwischen 47 Jahren sind und Kanal 226 neu dabei kommen. Und nun Kanal 227 aus dem Juni neu. Das riecht sich an der Hauptsache und Zielgruppe von den jungen Frauen. Und all das neue Sender sind natürlich an HD. Einer von den vielen vier Dälen, die Telefon der Postmatze springt, als dass er sich gut kein Arbeitsmuss machen für das neue Sender anzustellen. Und muss er weder eine Recherche machen, noch ein neues Kabel sehen. Einer von der Post aus und angematt, das geht am Anfang schon durch. Aber das nutzt den Einzelviertel. Es sind noch über 100 Schäden an Basis-Bouquet und über 1500 Filme an Video-on-Demand, durchsache auch Serien an Litz-Boisch-Produktionen. Und dass auch ein elektronisches Programm gibt, und an der L-Box kann er sogar abholen und zeitversichtlich zu gucken. Bis zum 1. April kann alle Luxieber-Clienten, die sich für Telefon der Post entschädt, sich den Do-it-yourself-Kit, die nicht in einem Erlebt, Telefon der Post selber dahin zu installieren, an einem Telekom-Shop sicher gut. Du musst bei denen die Installationskästen, aber auch Zeit, weil er nicht auf ein Installateur werden muss, und die Aktivation ist auch gratis. Und plus kriegt er noch ein Power-Land-Set an Wert von 19.000 Euro gratis dabei, falls in seinen Dekoder nicht per Kabelkind schliessen. Mehr Informationen über Telefon der Post finden Sie im Internet an www.tele.lu und um gratis Telefon 8002 8004.